Aha! Schön, dass ihr wieder einschaltet. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Moto Lifestyle. Und wenn du jetzt neu dabei bist, dann erkläre ich es nochmal kurz, aber erst das Intro. Perfekt. Läuft nicht, gibt es nicht, Ebay. Also, ganz einfaches Ding. Ja, wir hatten uns einen Gedanken gemacht, was können wir machen, was können wir uns Neues einfallen lassen und sind auf die glorreiche Idee gekommen, dass wir uns zwei Mofas kaufen, die herrichten und dann eine schöne Tour damit machen. Also, so mit übernachten vielleicht. Also, so wirklich was Cooles, ja. Und in der letzten Episode haben wir die Fahrzeuge geholt und ich wollte euch jetzt erstmal erklären, was haben wir denn da Schönes. Dieses Mofa hört auf den Namen C, erblickte 1989 das Licht der Welt. Ja, sage und schreibe, 31 Jahre sind vergangen. Wir müssen gucken, dass wir dann jetzt mal loslegen mit diesem Projekt, weil das Schrauben erledigt sich ja auch nicht von selbst. Was haben wir noch? Wir haben im Prinzip eine sehr überschaubare Elektrik. Blinker an, Blinker aus, Licht aus, Licht an. Okay, sind wir schon durch. Das Fahrzeug hat gelaufen 15.902 Kilometer, bis es irgendwann nicht mehr gegangen ist. Deswegen ist es bei uns. Ich fand es jetzt nicht so schlimm, wenn ihr jetzt nach einem Mofa guckt und das bei Ebay kauft, dann, und ihr euch nicht vielleicht gut auskennt oder so, dann achtet vielleicht drauf, dass ihr einen Mofa kauft, was fährt. Ist mir jetzt egal. Ich habe mich schon mal so ein bisschen umgeguckt. Also, wenn du hier kurbelst und versuchst, das Ding zu starten, dann gibt es komische Geräusche. Also, es klingt irgendwie komisch. Und ein Zeichen dafür, das, was im Argen ist, war, der Luftfilter war weggehangen. Und das könnte bedeuten, da wurde Dreck angesaugt, Dreck im Zylinder, vielleicht ein Kolbenfresser oder sowas in der Art. Der Verkäufer meinte, dass die Zündspule eventuell defekt ist. Habe ich mich schon umgeguckt. So eine Zündspule kriegst du schon ab 8 Euro oder so bei Ebay. Also, das ist echt krass. Eine Gabel, die nicht ganz dicht ist. Ist aber nicht so tragisch. Die mache ich wieder flott, dass wir auf jeden Fall eine Tour machen können. Und dann werde ich mir in Ruhe darüber noch einen Gedanken machen. Was ich auf jeden Fall gefunden habe, sind die Rohre einzeln. Was ich auch gefunden habe, ist eine komplette Gabel. Was wir auf jeden Fall machen müssen, die Reifen sind uralt, haben teilweise Risse schon drin. Also, da müssen wir beigehen, Sicherheit, Safety first, ganz, ganz wichtiges Thema. Das so zur Erklärung zur C-Boxer. Ja, also das ist so ein richtiges Schätzchen. Dieses Fahrzeug erblickte 1977 das Licht der Welt. Also, jetzt 43 Jahre. Ich hatte einen matte Fensterplatz, 43 Jahre alt. Sehen wir hier. Und das ist ein richtiger Klassiker. Und so beim ersten Blick aufs Mofa sind mir ein paar Sachen aufgefallen. Da haben wir einmal einen defekten Stoßdämpfer. Siehst du das hier? Ja. Da habe ich erst gedacht, das wäre viel teurer. Ich habe direkt mal bei Ebay geguckt. 49 Euro. Ja. Die fährt. Das ist cool. Also, da haben wir schon mal keinen Malheur mit. Aber für eine Tour habe ich auch hier so ein paar Teile geplant, die gerne kaputt gehen. Also, so aus der Erfahrung raus. Und die wir auch mitnehmen sollten tatsächlich. Ich sagte, das läuft doch super. Das hat ein kleines Ei in der Felge. Das ist nicht weiter schlimm. Aber dieses malende Geräusch, das ist nicht gut. Da gehe ich bei. Aber das werde ich erst rausfinden, wenn ich alles zerlegt habe, welches Lager ich da benötige. Es ist alles nichts Großes. Das ist ja das Coole beim Thema Mofa. Kein Fass ohne Boden. Also, hier sind wir mit ein paar Handgriffen durch. Hier auch. Ich habe jetzt gefühlt zehn Minuten gelabert und noch nichts geschraubt. Nee. Wer schraubt jetzt? Du und ich film dich. Legen wir los. Dass wir nicht an die Decke anstoßen. Ist ja eine Hebebühne. Und es zwickt sich immer noch der Schmierfilm. Und ja, diese Bühne ist alt. Ja, diese Bühne ist auch kacke. Und ja, da könnte ich mir auch bei Ebay mal eine neue Bühne kaufen. Weil du kannst bei Ebay natürlich auch Autoteile kriegen. Und Motorradteile. Habe ich jetzt Autoteile gesagt? Natürlich auch Autoteile und Motorradteile. Ja, guck mal. Hier ist die ganze Elektrik. Also, mehr ist es nicht. Es ist eine Zündspule. Es ist ein Blinkrelais. Es hat im Prinzip auch nicht viel... Es ist jetzt nicht viel dran. Das ist ruckizuck weggeschraubt. Jetzt haben wir schon hier wieder ein neues Problemchen gefunden. Siehst du das? Wie der sich schon anfängt aufzulösen, der Kallriemen? Ja. Also, das ist der Antriebsriemen. Und wenn der reißt, dann ist Feierabend, dann ist Stillstand. Soll ich dir irgendwas halten? Ne, sollte eigentlich so gehen. Zack. Das ist meine Konstruktion. Richtige Genie. Gut, ne? Und den hatte ich wieder hingeschraubt. Der war aber locker drin gelegen. Und das bedeutet immer das Schlimmste. Da musst du vom Schlimmsten ausgehen, weil dann Dreck nicht mehr über den Luftfilter in den Motor reinkommt. Genau. Und da gefiltert wird. Das wird eben nicht gefiltert, wenn der lose ist. Dann geht der Dreck einfach durch den Vergaser direkt Richtung Kurbelgehäuse und Zylinder. Und dann macht das komische Geräusche. Dann ist der Kompressionsdruck weg. Es gibt Kompressionsdruck-Prüfgeräte. Das kann man wiederum jetzt auch auf die Motorräder übertragen. Aber wenn du schon merkst, dass du kaum mehr einen Widerstand hast und sich da nicht viel tut, dann kannst du davon ausgehen, dass da was im Argen ist. Also von daher habe ich mal eingeplant, ein Zylinder-Kit zu verbauen. Das ist keine große Position. Macht in meinen Augen Sinn. Und dann ist das einmal erledigt und Judas. Da haben wir den Motor. Hier haben wir es mit einem klassischen Drehschieber-Motor zu tun. Was ist ein Drehschieber? Die Kurbelwelle hat hier so Aussparungen. Die eine Aussparung öffnet quasi diesen Kanal hier. Ja, so sieht man es. Okay, also die Kurbelwelle gibt am Anfang der Umdrehung diese Öffnung frei und verschließt sie dann auch wieder. Das Prinzip heißt Drehschieber-Motor. Ich versuche es super basic zu erklären. Wie gesagt, interessiert jetzt wahrscheinlich nicht alle, aber wenn wir schon mal so weit hier sind mit dem Zerlegen, beim letzten Mal ist es so ein bisschen untergegangen, will ich es euch trotzdem irgendwo kurz erklären. Also, dann kannst du hingehen und einmal diese Zeit, den Zeitpunkt verändern, dass quasi länger geöffnet wird. Oder du gehst hin oder und du gehst hin und vergrößerst den Kanal. Folge dessen kommt mehr Sprit rein und dann letztendlich kann auch mehr Sprit verbraucht werden. Das erhöht dann die Leistung. Aber jetzt können wir auch alles gleich wieder vergessen. Wir haben ja nur einen Mofa. Wenn du Motoren zusammenbaust, zerlegst, arbeitest du generell immer mit Temperatur. Das kann ein Industrieföhn sein, der eine sehr hohe Temperatur auch erzeugt. Oder ganz simpel eine Herdplatte. Was passiert, wenn ich so Teile auf diese Herdplatte gebe? Also nicht erschrecken, die ist jetzt nicht angeschlossen. Hier sind auch noch Kabel. Also die müssen natürlich nachher weg, wenn ich das erhitze. Wenn ich jetzt ein Kugellager einbringen möchte in ein Motorgehäuse, das ist auch egal, ob das Mofa heißt oder Motorrad. Dann erhitze ich das Motorgehäuse. Das sind meistens Gussgehäuse, Alugussgehäuse, Sandgussgehäuse. Das ist egal. Dadurch, dass es Alu ist, dehnt sich das Alu relativ schnell aus durch die hohe Temperatur. So ein Kugellager, das gebe ich einfach ins Gefrierfach. Also hier habe ich schon einen extremen Temperaturunterschied. Was passiert letztendlich? Das wird größer, das hier im Gefrierfach wird etwas kleiner und beim Zusammengeben lasse ich das dann einfach hier reinplumpsen. Das ist alles. Also ich muss keinen Hammer haben, ich muss nichts klopfen, ich muss hier nichts mit Gewalt zusammenbauen, sondern rein mit Temperatur. Wenn so ein Motor schon mal sich so komisch anhört, so reibig, dann sind die oft kaputt. Turbelwellenlager. Wenn so ein Lager kaputt geht, dann hast du überall, also beim Zweitakter ist es jetzt nicht so wild, Resultat wäre Motorschaden, Kapital. Was passiert? Diese gehärteten Lagerschalen, die splittern ab und diese gehärteten Splitter bekommt ihr in jede Ritze rein. Beim Viertakter in die Ölpumpe, überall in Zylinder, also überall hast du diese Mini-Spähnchen. Das kann man beim Viertakter ganz gut sehen, wenn du das Öl ablässt und da so ein Glitzer rauskommt. Dann ist Alarmstufe rot, dann ist es eigentlich schon zu spät. Da gehören die Dinger getauscht. Und am besten auch noch die Ölpumpen beim Viertakter mittauschen, weil die sind so ultra hart, diese Lagerspäne. Die zerstören euch alles. Also das frisst sich überall rein, das zerstört komplett alles. Geringster Einsatz an Geld, maximalster Erfolg, wenn es neu ist. Und nehmt euch die Zeit, macht die immer neu, macht die fresh, alles ist gut. Wahnsinn! Freunde, das ist so richtig, das ist so richtig alles übelst beieinander hier. Das Rost-Inferno hier. Das Rost-Inferno in Flüssig. So eine Liste Teile, so eine Liste für Seite 1, Mofa 1 und so eine Liste Mofa 2. Da denkst du, die alte ist die gute. Dabei ist die alte eigentlich auch. Da muss man hier noch Lack drauf, Motor zerlegt da. Hier der Motor, Stoßdämpfer, Schrottreif. Ja, zum Glück gibt es eBay. Läuft nicht, gibt es nicht, eBay. Also ich freue mich jetzt, die Teile zu bestellen. So eine Liste da, so eine Liste hier. Und ihr abonniert am besten den Kanal. Glöckchen betätigen, dann verpasst ihr keine neue Folge mehr. Also seid gespannt auf das Video, was kommt. Das ist der Wahnsinn, oder? Alex? Ja. Tschüss. Bis drei, vier Tage. Tschüss. 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 Vielen Dank.